Nachdem wir nun die wichtigsten Konzepte des Aktivitätsdiagramms kennengelernt haben, wollen wir uns gemeinsam ein Beispiel ansehen, das sowohl einen Kontroll- als auch einen Objektfluss modelliert. Dieses Beispiel zeigt auch den Zusammenhang mit dem Zustandsdiagramm. Das ist von Bedeutung, wenn der Objektfluss auch Zustandsänderungen am jeweiligen Objekt modelliert. Für unseren Studierendenausweis haben wir sowohl ein Zustandsdiagramm als auch ein Aktivitätsdiagramm modelliert. Diese beiden Diagramme stehen über einige Elemente miteinander in Beziehung. Sehen wir uns das an. Wir starten mit dem Zustandsdiagramm. Zu Beginn ist ein Studierendenausweis leer. Nachdem er ausgefüllt wurde, tritt er in den Zustand ausgefüllt über. Danach passiert offensichtlich eine Überprüfung einer ID. Wenn diese erfolgreich ist, wird das Stempeln getriggert und der Studierendenausweis ist im Zustand gestempelt. Ist die Überprüfung jedoch nicht erfolgreich, so wird das Zerstören getriggert und der Studierendenausweis tritt in den Zustand ungültig über. Wenn der Studierendenausweis im Zustand gestempelt ist und es wird ein Label angebracht, so erreicht er den Zustand gültig. Es ist hier zu beobachten, dass Events angegeben sind, die das erfolgreiche Abschließen von einzelnen Aktionen bedingen. Nämlich Fillout-ID, Check-ID und Affix-Label. Dementsprechend muss es im Aktivitätsdiagramm diese Aktionen auch geben. Und die finden wir hier. Fillout-ID, Check-ID und Affix-Label. Gleichzeitig werden manche Aktionen im Zustandsdiagramm getriggert, wie Stamp-ID und Destroy-ID. Das heißt, es muss auch diese Aktionen im Aktivitätsdiagramm geben. Nämlich Stamp-ID und Destroy-ID. Betrachten wir nun das zugehörige Aktivitätsdiagramm genauer. Wir wollen sowohl den Kontrollfluss als auch den Objektfluss modellieren. Im Moment sehen wir aber nur den Kontrollfluss. Um den von Objektfluss später besser zu unterscheiden, haben wir ihn mit grünen Pfeilen dargestellt. Wir starten, wenn die Studierende den Studierendenausweis beantragt. Dann erzeugt die Mitarbeiterin einen Studierendenausweis. Dieser wird von der Studierenden ausgefüllt. Die Studierende übergibt den Studierendenausweis und weitere Dokumente an die Mitarbeiterin, die diese weiteren Dokumente zunächst überprüft und zurückgibt. War hier nicht alles in Ordnung, endet der Prozess. Ist da alles in Ordnung, dann wird die ID überprüft. Wenn das in Ordnung ist, wird von der Mitarbeiterin der Studierendenausweis gestempelt. Danach wartet die Studierende, damit sie das entsprechende Semesterlabel erhält. Wenn sie dieses bekommt, dann bringt sie dieses Semesterlabel an und der Prozess ist erfolgreich beendet. War jedoch die Überprüfung der ID nicht erfolgreich, so wird der Studierendenausweis zerstört. Und wir gehen zurück in diesen Vereinigungsknoten und starten praktisch ein neues Zustandsdiagramm für einen neuen Studierendenausweis, nämlich indem ein neuer Studierendenausweis erzeugt wird. Wir erweitern nun unser Aktivitätsdiagramm um Objekte und den Objektfluss. Genau genommen handelt es sich nur um ein Objekt, nämlich immer um unseren Studierendenausweis. Jedoch ist dieser Studierendenausweis in verschiedenen Zuständen. Und diese Zustände, die wir in eckigen Klammern angeben, entsprechen den Zuständen in unserem Zustandsdiagramm. Der Objektfluss wird jetzt mit roten Pfeilen angegeben. Der Objektfluss beschreibt Input-Output-Beziehungen zwischen den Aktionen. Das heißt, wir sehen hier, das Erzeugen des Studierendenausweises erzeugt den Studierendenausweis im Zustand leer und wird an eine Aktion, nämlich an das Ausfüllen, übergeben. Wir haben hier diese Input-Output-Beziehung. Wenn der Studierendenausweis ausgefüllt wird, so wird der Studierendenausweis in den Zustand ausgefüllt versetzt und ist Input für drei weitere Aktionen, nämlich Input sowohl für das Überprüfen der ID, für das Stempeln des Ausweises, als auch für das Zerstören des Ausweises. Ein Ausweis, der gestempelt wird, versetzt den Ausweis in den Zustand gestempelt, das wiederum Input ist, führt das Anbringen des Labels. Durch das Anbringen des Labels wird der Ausweis in den Zustand gültig versetzt. Das Zerstören des Ausweises führt zum Zustand ungültig. Somit haben wir alle Input-Output-Beziehungen beschrieben. Und diese Zustände haben wir alle auch im Zustandsdiagramm. Eine Besonderheit tritt noch auf, nämlich zuvor, als wir nur den Kontrollfluss beschrieben hatten, gab es eine Kontrollflusskante, eine grüne, zwischen dem Erzeugen des Ausweises und dem Ausfüllen des Ausweises. Hier ist jedoch der Objektfluss, der rote, überlagernd zu diesem Kontrollfluss. Und dementsprechend können wir auf den grünen Kontrollfluss zwischen Erzeugen des Ausweises und Ausfüllen des Ausweises verzichten. Was ist das Beispiel für die Erzeugung des Ausweises? Dieses Beispiel hatte schon eine erhöhte Komplexität. Was wir aber noch nicht berücksichtigen haben müssen, ist die Schachtelung von Aktivitäten, das Aufrufen von anderen Aktivitäten oder die Behandlung von Fehlersituationen. Das behandeln wir in der Folge.